Dieses Video gibt eine Lösung zu dem Problem, wenn eine Pivot-Tabelle eine andere Pivot-Tabelle überschneidet. Sehen wir uns das nun anhand eines Beispiels näher an. Ich habe hier in meiner Excel-Datei dieses Szenario vorbereitet. Wenn ich nun in dieser Pivot-Tabelle meine Produkte in die Spalten geben möchte, erhalte ich die Meldung, eine Pivot-Tabelle kann eine andere Pivot-Tabelle nicht überlappen. Das ist eine sehr häufige Fehlermeldung beim Arbeiten mit Pivot-Tabellen. Grund hierfür ist, dass diese Pivot-Tabelle durch das Hinzufügen der Produkte in die Spalten sich um weitere Spalten erweitern würde und somit die zweite Pivot-Tabelle hier überschneiden würde. Und das ist in Excel nicht möglich bzw. wird die Pivot-Tabelle 2 nicht automatisch nach rechts verschoben. Dazu muss man die zweite Pivot-Tabelle verschieben. Hierzu kann ich ganz einfach im Bereich Analysieren, auf Aktionen und anschließend Pivot-Tabelle verschieben wählen. Ich erhalte nun ein neues Fenster, in dem ich das Ziel angeben kann, wohin ich diese zweite Pivot-Tabelle verschieben möchte. In meinem Fall verschiebe ich es in den Bereich darunter und kann nun meine Pivot-Tabelle, meine erste Pivot-Tabelle, nun um das Produkt in den Spalten erweitern. Wie man sieht, löst sich dadurch das Problem. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal.